Hallo liebe Zuschauerinnen, heute bei mir zu Gast Verona Poth. Verona, du hast uns etwas ganz Tolles mitgebracht, stimmt's? Ja, das ist richtig, meine Pflegenserie Veronas Her Dreams, zu Deutsch Verona, ihren Träumen. Hm, erzähl mehr. Ja, sehr gerne. Veronas Her Dreams ist die Pflegenserie für die Frau ab 30 und jetzt egal, ob einen stressigen Tag im Büro oder nach einem Verhör bei die Steuerfahndung, diesen Creme geben der Haut, was sie am nötigsten braucht. Hm, interessant Verona. Wir hören immer wieder von Wundercremes mit ganz ausgefallenen Inhaltsstoffen. Verona, wie ist das denn bei deinen Cremes? Das ist natürlich eigentlich ein absoluten Topfgeheimnis, aber ich kann das ja jetzt hier mal vorlesen. Also, natürlichen Kaviar-Extrakt, Hyaluronsäure.